hallo ihr lieben schön dass ihr einschaltet zu einem kleinen video wir wollen mal ganz kurz mal hier was bereden und zwar nach unserem video welches wir gestern hier veröffentlicht haben mit lotus wir müssen mal reden kam natürlich einige stimmen von euch und man merkt auch wenn man sich das video halt jetzt mal so ein bisschen betrachtet sich die kommentare so durch liest dass ich wahrscheinlich nicht der einzige bin der das ganze so gedacht hat viele haben sich natürlich ein bisschen enthalten ja aber ich glaube zahlen sprechen doch glaube mehr als für sich wenn wir hier und das ganze hier dementsprechend mal anschauen 234 likes und nur 23 des likes aber auch die ganzen kommentare die wir jetzt hier einfach mal so ein bisschen runter scrollen können ja also ihr habt euch hier auch so ein bisschen ausgedruckt was ich natürlich super finde dass ihr euch dementsprechend auch so ein bisschen ausgesprochen hat um einfach mal so ein bisschen zu zeigen so leute es muss sich was verändern und tatsächlich es hat sich was verändert ich möchte nicht sagen dass das video hier zufällig damit was zu tun haben könnte oder dass wir das ganze hier zufällig damit was zu tun hätte kam jetzt nämlich vor einigen stunden ein kleiner beitrag hier rund um lotus wo man sich einfach mal so ein bisschen ausspricht was man jetzt so machen möchte offizielle ankündigung zum cdk das ist die das ist der forum tweet und hier hat man vor drei stunden hatte janine vor drei stunden was veröffentlicht hallo ihr lieben momentan häufen sich zu unserer ausgesprochener freude die busse die dringend die gelenkphysik von lotus benötigen und dementsprechend auch diesbezügliche anfragen wie ihr wisst arbeiten wir momentan noch an den passagieren wir stehen kurz davor den kartenentwicklern zu ermöglichen fußgängerpfade zu verlegen und warteflächen an haltestellen zu definieren dieses paket schließen wir noch ab bevor wir es veröffentlichen anschließend wäre aus unserer sicht der passende zeitpunkt die gelenkbus physik zu implementieren und das vdv dashboard fertig zu machen und zum freien verfügung zu veröffentlichen wiederum anschließend daran geht es dann wieder an die passagiere haltestellen definieren ein und aussteigen etc wir hoffen das ist so in euer aller sinne viele grüße janine und marcel und genau das ist das was ich meinte hier bekommen wir jetzt mal ein direktes feedback was jetzt gerade ansteht was jetzt gerade passiert klar der ein oder andere der weiß das natürlich was hier gerade so passiert aber es ist doch einfach mal nett wenn der entwickler jetzt einfach mal so einen kleinen post macht und das einfach mal so abschließt und es mal so zeigt so genau das ist jetzt gerade das woran wir arbeiten es dauert vielleicht noch ein bisschen das kann noch ein bisschen länger dauern oder hier und da ja und sowas könnte man doch das war jetzt bestimmt jetzt nicht viel zeit welches jetzt hier das ganze in anspruch genommen hat das sind vielleicht wenn es hochkommt vielleicht zehn minuten wenn man sich das ganze erstmal noch durch den kopf gehen lassen muss aber sowas wenn man sowas halt wöchentlich irgendwie präsentiert vielleicht wenn es nicht wöchentlich klappt vielleicht alle zwei drei wochen aber um einfach mal zu zeigen so passt auf jungs mädels wir sind für euch da wir machen immer noch es dauert halt nur seine zeit einfach nur diese kleine geste wäre doch einfach nur super super nett um zu zeigen der entwickler arbeitet dran ja wir hatten haufenweise kommentare wo ich wirklich sagen musste die waren jetzt nicht so geil ich musste gottseidank keine kommentare löschen also ihr habt euch alle an die regeln gehalten vielen vielen dank dafür ja also ich musste nicht einmal den bannhammer schwingen so habe ich mir das vorgestellt ihr könnt natürlich kritik ausüben ja natürlich könnt ihr sagen was euch passt was euch nicht passt und ob es jetzt nun mit lotus zu tun hat oder mit mir zu tun hat das könnt ihr natürlich gerne in die kommentare schreiben ich wollte halt nur nicht dass hier irgendwelche beleidigungen oder irgendwelche sinnlosen kommentare hier einfach hier drin stehen und das hat funktioniert ich möchte aber dieses video ist jetzt einfach nur der abschluss dass aus dem vergangenen video was wir jetzt gemacht haben rund um den lotus im monat um einfach mal so dass wir reden müssen einfach auch noch mal dieses video dahinter her schmeißen wie gesagt ich weiß nicht ob das was mit uns zu tun hat wir gehen mal davon aus dass es nicht so ist sondern dass janin vielleicht heute die idee hatte auch heute veröffentliche ich das ganze mal und sag einfach mal so woran wir gerade arbeiten dass wir natürlich ja und ihr seht natürlich es kommt natürlich auch hier an bei uns und das wollten wir euch natürlich mitteilen damit es nicht heißt dass lotus einfach nichts macht dass lotus ja kein interesse an uns hat sondern dass lotus auch noch menschlich ist und das ganze denn dementsprechend denn auch vielleicht erhört hat vielleicht ein bisschen mitbekommen hat und das ganze dann einfach mal so ein bisschen aufschlüssel vielleicht können wir uns jetzt freuen wenn das jetzt halt kontinuierlich jetzt passieren könnte denn ich scrollen ein bisschen weiter hoch der letzte beitrag der war am 23 august 2020 und davor war es der fünfte juli 2009 das hat man ganz schön vernachlässigt wenn man mal ehrlich ist hier wohl auch irgendwas in den tutorials verschoben also das wäre natürlich doch einfach eine coole sache um einfach mal zu zeigen hallo wir arbeiten dran ist dauert hat nur seine zeit und ich glaube jeder ist menschlich jeder weiß dass ein spiel nicht von heute auf morgen entsteht gehe ich mal stark davon aus also die normalo menschen wissen das ganze dass es halt ein bisschen länger dauern wird und ich prange sowas nicht an ja aber es ist halt schön zu sehen dass halt in der richtung was passiert will ich mir wünschen dass es jetzt zukünftig jetzt weitergeht ja wenn man das ganze halt immer so kontinuierlich wie gesagt halt alle zwei drei wochen wenn es geht natürlich noch wöchentlich sogar dann wäre das natürlich eine coole sache ich weiß aber auch dass sie halt anderes zu tun haben aber wie gesagt so so alle zwei drei wochen wäre glaube ich nicht verkehrt wenn man einfach schreiben könnte denn wir haben zum beispiel die arbeiten an den patienten abgeschlossen wollen es muss noch die fußgängerpfade verlegen also demnächst erscheint vielleicht irgendwas man muss ja nicht mal irgendwie ein datum nennen oder sowas aber einfach so ein kleiner text würde doch schon ausreichen um uns ein zu zeigen so die arbeiten dran ihr könnt ja gerne mal eure mann dazu schreiben wie gesagt ich wollte das video jetzt auch gar nicht ein zu lang machen ich wollte einfach nur das feedback jetzt dazu abgeben was jetzt die entwickler von lotus jetzt geschrieben haben dazu und könnt ihr ja gerne mal in die kommentare posten was sagt ihr jetzt dazu ist das jetzt genau das was ihr jetzt auch haben wolltet oder wie seht ihr das ganze jetzt hätte man jetzt vielleicht es anders präsentieren müssen irgendwie ideen oder irgendwie so denn nutzt dazu gerne die kommentarfunktionen schreibt es am besten mal unten mit rein mir war es auf jeden fall wichtig dass diese was unsere botschaft rausgegangen ist ihr alle super friedlich verraten vielen vielen dank dafür dass ihr keinen beleidigt habt oder sonst irgendwen hoffen natürlich dass wir das in zukunft nicht noch mal wiederholen müssen vielleicht hat es was bewirkt vielleicht auch nicht ich gehe mal davon aus dass wir nicht daran schuld sind dass das ganze jetzt veröffentlicht ist aber ich würde euch was leute bis zum nächsten mal tschüss